Ich dachte, ich hätte dich gesehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben es ja gut erwischt für Ihr Alter. Karl, kümmern Sie um das Kind? Und Sie haben genügend Zeit, sich nach etwas anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Karl? Was? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Du bist bei mir, bleibst auf dem Hof, kümmerst dich um die Kühe und dann kümmerst dich um eine Frau. Bauer. Dann kriege ich mal ein Video. Die beiden, die müssen wir testen. Ich grüße dich. Ich bin der Memo Fried. Aber wir werden mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das jetzt einmal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber das ist nicht schlimm. Ey, weiß ich, wenn ich für uns beide denke, du musst nur mit mir draußen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Das meinst du jetzt nicht.